Hallo Kinder! Am Samstag, da gab es ja ein Video, Petrus Teil 1, auch genannt Pringel-Petrus. Da hattet ihr die Chance, diese Packung Pringels zu gewinnen. Genau, und wir haben hier unseren Lostopf. Und ich los jetzt mal aus. Wer diesmal die Pringels bekommt... Okay, dieser Zettel wird's und es ist Maximilian! Herzlichen Glückwunsch, Maximilian! Also, du kannst es dir entweder bei uns abholen oder du bekommst es mit deinem nächsten Umschlag von uns geliefert. Du kannst uns einfach mal schreiben, wenn du das Video gesehen hast. Also, herzlichen Glückwunsch und es gibt ganz bald wieder ein neues Petrus-Video, also im zweiten Teil. Da habt ihr wieder die Chance auf Pringels. Also, macht mit! Tschüss! ... Vielen Dank.